Ich kann einfach die Tür aufmachen und dem ganzen AK-Magazins-Gesicht rücken. Oh, da war ein Schlüssel. Ich hab ne Idee. Hast du Granate? Ja. Let's go, schmeiß das Ding ins Fenster rein. Ich weiß nicht, ob ich es treffe. Weg, Vorsicht, feier in der Hole. Was hast du getroffen? Wer bei einer redet hier? Oh, er redet, er ist friendly. Maybe. Maybe. Warum solltest du eine Grenade an mir, Bro? Ich habe nichts. Ich wollte dir was, ich wollte dir was. Ich wollte dir was. Kannst du den Helm aus? Ich verstehe was. Ja, 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 ja. Ich will, ich will, du ein Potato. Sorry, ich bin ein Stoker für ein Grenade. Ja, ein Explosive Potato. Ja. Du hast noch einen? Nein, danke. Aber ich habe zu viele, man. Ja, ich wirklich, wirklich will ich jemanden. Ja, okay. Ja. Ich meine, ich habe keine Grenade. Ja, das Problem ist, ich einfach nicht wollen, dass ich Leute einfach vor der Grenade, ich weiß nicht, dass ich jemanden möchte. Ich wirklich möchte eine Grenade. Ja, ich habe eine Grenade. Ich habe eine Grenade. Ich meine, nicht vielmehr. Ich kann nur einen Weg nach dem, die Stadt, deine Familie nutzen. Die Leute sind nicht gut. Hey, ist ihr Scotsch? Ich bin Scotsch, ja. Oh, die guele. Sorry, aber mein Bohrer ist teils schwer. Ja, ja, kein Problem. Ich verstehe es. Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es perfekt. Ja, ja. Du bist German, nicht? Ja, ich bin German. Ich will nicht, aber ich glaube, du hast eine Gun. Nein, ich habe eine Gun. Du hast? Ja, ich habe einen BK-43 mit einem Bulletin. Ja, aber du hast mir gesagt, du hast eine Gun, also du hast mich nicht. Ja, aber ist es zwei da? Ja, vielleicht? Ja, ich teigere dich nicht! Du musst sie schünen Sie stellen anstürz. Du kannst du in. Du kannst du in! Ja, du kannst du in. Du kannst du in, aber ich werde einen von euch bekommen. Ich werde nicht mit dem BK gehen. Ja, du kannst du in, Bro. Ich kann sehen, dass du einen mit einem Green hat und der anderen mit einem Dark going ist. Ja, ja. Ja, ja. Was kommt denn, Bro? Ich will nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Das ist das Bullshit, das ist das Bullshit, das ist das 1st-Person-Servor. Ja, das ist wahr. Du kannst mich sehen, aber ich kann dich nicht sehen. Das ist fucking hilarious. Alright, ich bin für den 1st-Person. Okay, wait, wait, I make you an offer, okay? You hear me? I make you an offer. I have another grenade, man, and I never had a grenade kill before. So, if I manage to throw that grenade in there and kill you, then that's fair game, right? If I miss that grenade and you survive, then we leave and you're pretty low. But it's unmissable, Bro, it's unmissable. Dude, I sh- You already missed one. I already missed one, yeah. Yeah, but you know I can't shoot you the window, right? I don't know, no. Let's see. Oh, yeah, shit. I just wanted to know if I could have hit that, man. Probably would have hit that, yeah. It's just a smoke, right? You still alive? Yeah, it's just a smoke. You're still alive. Okay. Smoke, eh? Yeah, it's just a smoke, man. You're gonna... You're gonna push off the smoke, bro? You're gonna push off the smoke? You're gonna push off the smoke? Nah. I'm in first person. I'm in first person. I'm in first person. Oh. It's another smoke. Yes, very smoky. I don't. I don't. I don't. I think he wants to fight. I speak about Spanish, but no German. You're good. Oh. How did you survive that? What a kind of bunch. I mean... I mean... I've got a bomber jacket on. I've got a bomber jacket on. Holy shit, man. How tanky are you? I don't know. This bomber jacket's solid, bro. I don't even have a helm on. Okay, you know what? I really respect your fighting spirit. And... I'll make you a peace offer. I'm gonna throw you some lunch meat. In there. And then we fuck off. Are you sure? Yeah. Did you get there? Erm... I can't see anything, to be honest, bro. Okay. Oh, no. I see it. I bounced off the window. Oh, okay. Okay. Okay, we're gonna fuck off now. I don't wanna kill you, man. You seem like a nice girl. Oh, no. That's all right. Thank you, thank you. Yeah. We'll fuck off now, okay? Have a good day. Have a good day, man. Bye-bye. 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 Bye-bye.